Das ist Familie Kern. Sohn Florian ist dieses Mal dran mit Trikots waschen für die ganze Mannschaft. Frau Kern wirft die Waschmaschine an. Und Katastrophe! Dabei ist das Gerät erst drei Jahre alt. Zu alt für gesetzliche Gewährleistung und Herstellergarantie. Und jetzt greift der Geräteschutzbrief zu Hause der Commerzfinanz. Frau Kern hat den Wehren des Kaufs beim Händler abgeschlossen. Mit ihm vereinbart sie einfach einen Termin für die kostenfreie Reparatur. Und bei einem Totalschaden bekommt sie beim Händler den ursprünglichen Kaufpreis zurück und kann sich eine neue Waschmaschine kaufen. Der Geräteschutzbrief zu Hause gilt fünf Jahre für alle Hi-Fi und TV-Geräte, große und kleine Haushaltsgeräte für Bürotechnik und Computer. Und er deckt Transport- oder Umzugschäden sofort ab Kauf ab. Kommerzfinanz. Sofort. Gut. Sicher.